weg warum noch eins eins schreibt ein einzeln rück mal steuerung c steuerung fau so jetzt muss ich den charakter machen ja und dann gleich auf wenn du fertig hast auf zur neuen runde beziehungsweise zur ersten runde war allein im neuen jahr zu info wir haben das spiel schon mal gespielt wir waren ziemlich weit aber dadurch dass sie ja haben wir noch mal neu angefangen dann hey du siehst ja bald aus wie ich mit zwei haben wir fast in seinem charakter was stimmt denn mit dir nicht digger anscheinend haben wir den selben geschmack baby so ist da wissen dann kennen wir uns jetzt 15 jahre oder was wie lange da kann man 20 oder 20 oder mehr keine ahnung da kann ja nur derselben charakter kommen kein bader zieht nee danke heute nicht heute sind wir rasiert jetzt muss schon wieder mir einen namen ausdenken ein jener musst du ein anderer ist schon so ja ja dann musst du was hast du da xena 90 jahren ja ich habe den gleichen namen genommen wie hier wie heißt dein twitch benutzernahme xena 0908 20 ganz keine zahlen eingeben damals gab es keine zahlen im namen zumindest nicht dann nenne ich doch so wie du deinen twitch account später umbenennen möchtest dieser fe oder so jetzt starten steuerung v und enter vor so ein kompliziertes passwort er mit der mandarin ich esse noch aufwachen danke muss mein stream ja auch noch starten die gar stelle ich mal bitte hierhin so wie ich da stehe bis hier weiter rechts ja danke ups warte ausdauer erst ein moment ein moment all right danke das war das jetzt ich möchte mein stream jetzt gleich so damit aus warte bitte wirklich so warte 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 so jetzt brauche ich von euch kurz info wie fahre ich hier das jetzt auf und wie starte ich das ich habe keine ahnung wie über twitch bin weil ich kinder bau ist da unten kommt bei mir einfach so ein feld wo dann steht stream starten hat sie jetzt haben wir so ja schon zur wikinger zeiten corona ja welche leiste das sieht aus als wärst du schon stream ja aber offline steht auf einstellungen da ist einfach wie falsch einstellungen Ja. Jetzt geh mal runter. Das denn? Ja, das brauchst du. Ah ne, du musst ja Twitch erst mal runterladen. Als, ähm, App. Glaub ich doch. Aber da auch, da dieses brauchst du, guck. Das hier. Out the street. Wo krieg ich das her? Auf der Seite von Twitch. Ja, ist doch deutsch. Da, wo das 1x1 war. Hier, oder was? Na genau, wir machen dieses 1x1, auch nehmen wir die Seite davon. Ja, genau das. Das? Äh, das ist Beta? Ne. Twitch-App für... ...für Windows, da. Aha, okay. Sooo. Gleich haben wir's. Schnell die... ...aufessen. Dass ich nicht mit vollem Mund reden muss. Also, Julie kommt nicht mehr heute, ja? Ne, die ist tot. Ja, schade. Ja, dann. Ja, dann... ...Hauptsache, ich hab so ne richtig verkackte... ...aufzeichnung hier. Allein, wie wir gestartet sind. Das war natürlich wonderful. Aber ist okay. Kann ich die auch wieder löschen dann? Wenn ich die nicht mehr haben will, hau andere. Weißt du das? Ich denke schon. Warum solltest du es nicht können? Du bist der Boss. Also, guck mal, die bei... ...der Seite, wo du mir gezeigt hast, die empfehlen dieses hier, ja? Als einziges, was für mich in Frage kommt, was von diesen Kontrapunkten zugepasst hatte. Das gibt's auch in einer anderen Farbe. Hier zum Beispiel in Weiß-Grau, find ich das nicht schlecht. Mit Ohren. Hä? Mit Ohren. Da, da, dam, 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 dam. Ja, ich weiß, aber neuen Pink. Ne. Achso, ja, ne, find ich aber... ...schrecklich. Ja, okay, was ist... ...was ist denn jetzt? Ja, soll ich das holen, oder lieber das von, äh, Logitech? Was meinst du, das hier? Ich bin kein Razer-Fan. Ich würde mir nichts von Razer mehr bestellen, außer das Mausbett, was ich hab. Ja, siehst du. Aber auch das würde ich mir nicht nochmal kaufen. Aber das ist Geschmackssache, das ist wie Opel fahren, Audi fahren, Mercedes. Ja, ich glaube, ich kaufe mir hier die von Logitech. Ich finde, Logitech ist am benutzerfreundlichsten, aber ich will keine Schleichwerbung haben. Ja, ne, was ich hier sehen kann, ist, ich kann das hier einstellen, die Höhe. Teufel ist vom Sound am besten. Was heißt am besten? Nein, falsch. Aber die... Meiner Meinung nach besser. Die kannst du halt, äh, hier stand halt... ...maximale Lautstrecke könnte höher sein. Ah, okay. Und das finde ich bei meinem hier zum Beispiel aber auch. Ja. Ja. Schabbar. Ja, manchmal hätt ich gerne auch ein bisschen laut einfach. Also ich finde das hier, glaube ich, gut. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus. Weil die kannst du auch mit Kabeln benutzen, da ist viel Zubehör. Ja. Wenn es... Wenn es... Es sollte einen Single-Stecker haben, wie ich. Hier, guck. Das ist dann nämlich Mond... Dann kannst du es auch auf anderen Plattformen und dein Gehäuse hat auch nur einen Single-Stecker. Ja. Ja, hier sind die Kabel dabei. Ja, hab es. Seh ich jetzt schon. Ja, das ist besser als das, was ich hab und das ist... Das ist schon das neueste. Ja, das ist das neueste von den. Ja, genau. G Pro X. Ja, dann bestell das. Dann bist du auf der sicheren Seite. Sieht gut aus. Ja, okay. Und das kann ich auch ausprobieren, ob es zum Beispiel Wireless geht, ob das gut funktioniert. Wie, Wireless? Ist das kabellos oder was? Kopfhörerbuchse, Kabelfunktion abnehmbar. Okay. Kann man auch ohne Kabel benutzen. Muss man ja nicht. Das ist bei dem hier auch. Guck mal. Das kann ich auch ohne Kabel benutzen. Dann habe ich halt diesen Pin-Appel, weißt du, den ich reinstecke. Hä? Mh. Ich bin ein anderes. Ach guck, das wird auch hier in Kombination mit der Webcam verkauft. Und die Tastatur, die ich auch hier habe und benutze. Ja, weiß ich. Ja, guck. Und die Kameras quasi auch noch zu dem Set gehört dazu. Eigentlich. Ja, bei mir war das Set halt mit... Mit dem. Ja. Ja. Ne. Du hast sicher. 3,32. Ah, okay. Ja, das hier habe ich jetzt gesehen. 4,32. Das gibt's jetzt für... Das ist schon der Nachfolger von meinem. Das hat sogar Surround. Das gibt's für 26 Euro gerade. Was hast du? Trink jetzt nachher und dann geht's im Bett. Warum? Digga, hier geht's nix... Hier geht nix voran. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ja, sorry. Wir ein bisschen einrichten und alles. Was sollen wir machen? Ich kann mich gerade mit meinem Benutzerkonto nicht... Warte mal. Warte mal. Ja, ich mach jetzt schon mal mit dir. Wir fangen jetzt schon mal an hier. Hey, was soll denn der Scheiße? Ich versteh nicht, warum ich mich in dieser App denn nicht einloggen kann. Was steht denn da, Digga? Ja, Passwort falsch. Ja, dann ist das Passwort auch falsch. Ja, kann auch nicht sein. Hast du es vielleicht gerade geändert oder hast du vielleicht Cap-Log an oder so? Hast du deine E-Mail bestätigt? Ja, Handy-Nummer sogar auch. Ah, okay. Hab's jetzt. Ne, auch nicht. Nicht korrekt. Dann stimmt halt mit deinem Benutzernamen nicht. Ist der Benutzername eins zu eins geschrieben wie bei Twitch. Ja, ich hab ihn ja eben auch geändert erst. Denk dran, du musst da auf groß und klein... Du musst da auf groß und klein Schreibung achten, Digga. Prüfe deinen E-Mail-Prost. Prüfe deinen E-Mail-Prost. Du musst da auf die Steine aufkommen. So, okay. Jetzt ist da was gekommen. So. Ja, ihr könnt ja auch schon mal anfangen. Ja. Macht ruhig. Ja, wir brauchen Holz, damit wir uns was... Du hast schon ne Keule. Wo hast du die denn her? Kannst du selber basseln. Die hab ich schon hergestellt. Indem du Äste gesammelt hast, oder was? Ja, Äste und Steine. Hm. Okay. Ja, was will dieser Vogel die ganze Zeit von mir? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Holz und Stein. Eine Steinax. Ich hab sogar schon Himbeeren gegessen. Ja, cool. Hier sind auch Himbeeren. Dieses Passwort ist leicht zu erraten. Fuck you, ey. Was willst du von mir? Das ist doch meine Entscheidung. Ja, aber... Fitch ist das ja, äh... Äh... Ja. Du fängst an zu frieren. Schön. Ich auch. Mach mal doch die Fackel an. Kalt, bin nackig. Du hast ja das erste Mal eine Seerung außer... Zeige Grüß, Krieger, äh. Zeige Grüß zu den Motte. Okay. Geändert. So. Jetzt nochmal. I make me a cigarette. Also hier, ich sehe hier so lose Äste rumliegen, ey. Und du musst hier auch kaputt boxen, die kleinen Bäume. Ach so. Dann kriegst du Äste, Isa. Die kleinen Bäume sind da, weißt du? Ja. Da musst du einfach gegen hauen. Dann kannst du die kaputt hauen, dann kriegst du Äste. So. Wie kann ich denn ohne Hammer mehr eine Keule bauen? Äh, die geht einfach so. Muss dann einfach gucken, dass du genug Äste hast und glaube ich genug Steine und dann kannst du dir direkt schon eine Keule bauen. Ich hab auch schon alles. Ich hab Keule, ich hab Hammer. Ich hab sogar zwei Hammer. Wenn du willst, kannst du einen Hammer von mir haben. Oh. Was soll ich jetzt machen? Der geht trotzdem immer auf die scheiß Homepage. Warum? Warte mal, ich muss mal hier diesen Spastik killen, ey. Digga, ich hab keine Ahnung, was du da über Twitch machst. Ich mach das alles über OBS, das ist einfach viel einfacher. Ich muss mal kurz wieder zurücklaufen, ey, weil die mich hier einreichen. Ich weiß nicht, was das ist. Was, was will der denn jetzt von dir? Dein Dashboard? Ja. Ja, wo ist denn mein Dashboard? Hier, Creator Dashboard oder was? Ja, dann komm ich wieder auf die Seite. Hier, live gehen oder was drücken? Ja, drück mal da drauf. Für Wunsch, öffne deine Stream Software und starte deinen Stream. Ja. Die haben mich hier schon fast gekillt, ey. Ich muss mal jetzt hier zum André kurz zurücklaufen. Dann kann ich dir helfen. Deine Reise beginnt hier. Schalt unterwegs, nur einrichten über mich. Dein Profil wird hochladen. Da hab ich Bilder von mir drauf. Bilder. Da bist du. Ich war ja gar nicht so weit weg, jetzt bin ich schon voll weit weg gelaufen. Ich Idiot. Ja. Ja, und jetzt was? So, warte mal, ich versteck mich mal jetzt hier. Ich drücke live gehen, passiert nichts. So, du bist in dieser App, ja? Weil das, ne, das ist auf der normalen Seite bist du grad wieder. Ja. Ja, hier ist die jetzt. Da. Ja, okay. Ja. Wenn ich jetzt auf hier Stream Dashboard Creator Dashboard gehe Oder wo soll ich hin? Ich bin hier Wenn ich auf Dashboard gehe, öffne ich hier. Ich hab Dashboard gar nicht. Warum hab ich Dashboard nicht? Kanal. Stream Vorschau Das war sicher. Tja, wie wieir das? Tja, wie schön ist das? Ah, schlimm. Tja, wie ist das? Passt du den Kanal an? Tja, wie ist das? Tja, wie ist das? Twitch Wallet Geh mal da drauf Twitch Wallet Ne Geh mal da auf diese Benachrichtigung Und guck mal ob da irgendwo steht Affiliate werden oder so Oder jetzt Stream starten Ne, geh mal auf die linken Ach da ja, Achievement abgeschlossen Über alle Ne, jetzt gehst er schon wieder auf der Seite Jetzt gehst er wieder in diese App Boah, das macht mich grad voll Lagerweil In diese App, da kannst du das nicht machen Was denn? Boah Warum sieht das hier bei mir aber auch anders aus als bei dir? Und egal was ich drücke, der geht die ganze Zeit immer auf. Video-Produzent, geh mal da drauf. Ja, ich weiß. Warte, wir fragen mal Google Ja, wie bist du denn da hingekommen? Keine Ahnung, ne Panels Ach, scheiß drauf, komm, ich hab schon keinen Bock mehr, echt Vergiss es, egal, wird nicht gestreamt heute Achso, hast du dieses Onboarding schon gemacht mit Mikro-Einstellungen und so? Nein Ja, das musst du zuerst machen Ja, egal, ich mach jetzt gar nichts Da steht auch nicht mal was von, mach erst Onboarding, steht gar nichts Ja, egal, ich mach jetzt gar nichts Okay. Habt ihr schon noch was zu essen? Habt ihr schon noch was zu essen? Ich hab paar Himbeeren. Die Fackel hast du am Anfang, hat jeder. So. André? Mhm. Aua, der hat mir voll eine gehauen, ey. So, Hammer haben wir jetzt endlich. Sterbe gleich. Die blöden Penner. Ist der andere überhaupt noch da? Ich bin da, ja. Ich bin gerade ein Hirsch am Jagen. Hm. Okay, Wasser ist oben, wenn ich es richtig auf der Karte kennen kann. Ah, da bist du ja. Du hast schon einen Hammer. Ja. Brauchst ja nur Holz. Hier ist ein Block-System jetzt, ne? Also beim Kämpfen ist es ein bisschen anders. Da ist ein Hirsch umgelegt, jawoll. Wo seid ihr? Ich lauf hier neben dir rum, ey. Neben mir? Ach nee, du bin ich ja. Warum seh ich euch auf der Karte nicht? Der hat mir gerade meine Pilze geklaut hier. Warum seh ich euch auf der Karte nicht? Was ist das für ein Scheiß? Ich seh dich. Ich seh euch nicht. Klar. Ich seh euch nicht, Digga. Hier. Ja, aber trotzdem seh ich dich auf der Karte nicht. Dann drück mal M für andere Spieler sichtbar. Unten anklicken. M oder N? M wie Map. Und dann unten Haken anklicken für andere Spieler sichtbar. M oder N? M ... M oder N? M oder N? M oder N? M oder N? M M oder N? zu dir. Ah, jetzt mit Steinen kann ich auch Hammer herstellen. Also ich sehe einen roten Punkt. Ich laufe jetzt mal in die Richtung zu diesem roten Punkt und hoffe, dass du das bist. Agrox, ja. Warum sehe ich dich denn nicht? Komisch. Stopp, steh im Leib. Ich bin hinter dir. Ich sehe dich nicht mehr auf der Map. Oh Mann. Ich stehe direkt vor dir. Ah, man liegt da. Danke. Jetzt sehe ich euch auch nicht. Ich sehe halt meistens nur einen, weil ihr so nah aneinander seid. Nee, trotzdem sehe ich nicht. Komisch. Auch nöp. Reben, also ich konnte eben noch zumindest einen sehen, aber... Ich sehe dich, Digga. Hast du was gemacht? Ich sehe das. Ich sehe dich, aber Isa sehe ich nicht. Ja, die muss das auch anmachen. Ach so. Entschuldigung. Jetzt sehen wir es, ja. Ja, jetzt sehe ich. Das wusste ich nicht. Wenn wir zu nah aneinander sind, dann sehen wir uns auf der Map auch nicht, glaube ich. So. Jetzt kann ich die Isa sehen. Ja, ich sehe euch beide. Nee, ich sehe dich aber nicht. Okay. Hast du bei dir für andere Spiele sichtbar angeklickt? Ich? Ja. Ich habe für andere Spiele sichtbar. Guckt mal jetzt. Ja, jetzt habe ich. Jetzt sehe ich dich auch langsam. Ich sehe jetzt auch wieder zwei Punkte. Cool, hier sind viele Steine. Suchen wir jetzt ein Plätzchen oder was? Ja, ich will ja mal ein bisschen das drumherum erkunden, wo Wasser hier ist. Und einfach erstmal auch aufsammeln, was geht. Schöne Möwe, das heißt Wasser kann nicht weit sein. Und wenn hier so ein Berg ist, muss hier unten Wasser sein. Hier unten. Ja, da weiß man nicht los. Leider. Dann kann das Wasser auch nicht weit weg sein. Nee. Ich vermute mal links. Ja, wie die Strömung geht. Nee, geht halt leider keine Strömung. Ziemlich still das Wasser. Schön viele Steine hier im Hang, das ist gut. Brauchen wir für Feuer gleich. Also sammelt ruhig alles einfach auf, was ihr so finden könnt. Mhm. Das Holz habe ich schon fast voll. Da müssen sogar Feuersteine fallen. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Die sind meistens im Flussbett, da können wir uns gleich schon dann... Ich muss dem Andi mal entmuten, ey. Wenn der so leise redet, dann höre ich den gar nicht. Besser. Ja, ich schwit hier gerade von allen Seiten gejagt, deswegen... Ja, also Julie und Andri spielen auch zu Hause ohne Mute. Die machen dann Kopfhörer einfach zu. Nee, wir lassen den Kopfhörer die ganze Zeit auf, das ist die Sache, was ich sage. Das Logitech, was wir haben, ist einfach Bombe. Du hörst einfach nichts. Wir haben das Mikro die ganze Zeit auf, Digga. Ja, aber ihr habt beide... Ich meine, ihr stellt euch nicht gegenseitig stumm. Nö. Ja, sag ich ja, das meine ich. Wir haben es aber so, wir haben uns gegenseitig stumm gesammelt, damit wir uns nicht... Ja, das liegt am Mikro. Genau, das liegt am Mikro. Ich kann das machen, weil bei mir umschließt das auch meine Ohren. Oh, es sind ganz viele Feuersteine, sexy. So. Jetzt habe ich dich irgendwie gejagt. Sag mal was. Hallo, hallo. Ja. Ja, ich höre dich. Ich höre dich trotzdem leicht auch noch von außen, aber es ist halt... Alter, das hat Game einfach geworden, Junge. Die Wildschweine, die kannst du so umlegen. Kein Vergleich zu vorher. Na gut, Wildschweine waren früher eigentlich auch schon... Ja, aber wir mussten auch schon am Anfang, wenn du bedenkst am Anfang, wie viel wir hier machen mussten, Alter. Hatten wir da, hat sich aber nichts geändert, André. Nee, die haben... Nee, 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 das ist alles noch gleich. Nur mehr Sachen dazugekommen. Die Bosse haben sich eher geändert. Also ich habe schon ganz viel Fleisch. Ich muss mal langsam mal... Ich laufe hier nur mit Hammer rum. Aber sollte nicht direkt am Wasser das sein, wo wir rauskommen am Anfang? Eigentlich schon, oder? So, ich bin am Wasser, Digga. Ich habe hier alles voll mit mir, alles. Schön mit Flussbett. Ah, da oben. Ja, ich bin hier rechts. Hier öffnet sich die Lichtung zum Fluss. Schön am Flussbett direkt. Richtig sexy hier. Mit Angelteich. Hier ist so direkt eine Grube oder was das ist, keine Ahnung. Ja, ich finde es echt schade, ist der eine Dings nicht, der sich nicht geklappt hat, weil... Ja, ich habe hier direkt einen Hütchen. Ich habe hier direkt einen Hütchen, Digga. Du blöder Sack, verpfiss dich. Eine erforderliche Handwerksstation fehlt. Wie baut man ja mal eine Handwerksstation. Ein Hammer und dann... Bauen, B. Genau. Das ist nochmal der zum Bau-Menü-Deffekt. Gewicht und Täter-Höpigkeit. Nee, geht nicht. Ich kann nur Herstellen drücken. Rechtsklick. Und dann Werkbank. Du musst auf die 3 klicken und dann auf links klick. also auf den hammer den muss den hammer nehmen und dann auf rechtsklick öffnet sich das baum und dann so und dann auf herstellung auf hammer drei dann rechtsklick und dann auf herstellung ich habe ja auch schon aus glück ja ist manche zweiten dritten haben wir zweiten hammer toll wo ist dann hast du dann haben auf welcher zahl hast du dann haben hier so jetzt gehst du aus dem menü raus nicht das inventar aufhaben ja jetzt rück sophia dass er den in der hand hält habe ich er sagt erforderliche handwerkstation fehlt ich kann doch bitte kurz noch mal bitte aber ich kann keine bauen geht nicht ich kann die steinachse hersteller keulen haben wir nur fackel gehen mal kurz von dem scheiß da weg drückt mal rechtsklick alles gut erst jahren fest aktion doch jetzt rechtsklick drücken rechtsklick herstellung ja alles gut ich bin schon das team hängt bei dir hinterher wunderbar jetzt weiß ich wieder mit gedanke war nur kurz mal aus und zwar schüttlich wie ein hammer umsonst hergestellt das ist egal das wird noch öfter passieren guck mal ich habe sogar schon gold und feile ich bin auf jeden fall voll ich kann nicht mehr tragen ich krieg ganz gerade ganz viele neue bauobjekte hier geht es voll steil den berg runter ich habe den ersten boss gefunden könnt ihr hier wo ich bin markieren echt ja hier ist jetzt ist der bauch also bei mir sehe ich ihn jetzt auf der map moment ich gucke gerade wie komme ich noch mal auf die map drauf digger m wie mehr aber müsstet ihr jetzt auch sehen können drück mal einfach die marta drück mal eben die marta habe ich schon mal markier schon jetzt ja ja da wo ich bin da kannst du jetzt gehen da setzt ja das ist eigentlich ist zeichen wie kann schon mal markieren drüber ich kann den da nicht setzen ich kann nur dass das oder das hier aber ich glaube ich sehe die markierung weil du die gesetzt hast digger hier da oben kann man nicht setzen du kannst ja nicht ausschalten ja dann machst du unten symbol auswählen dann doppelt klick und rechts klick kannst du es wieder weg machen quasi wenn du einmal da lang gelaufen bist dann wird der eh angezeigt ja dann weißt du wo der ist das haben wir vorher aussuchen das haben wir vorher aussuchen das haben wir vorher aussuchen wieso ist der ja ein online der wollte heute abend noch vorbeikommen ach guck mal wie schön das hier ist so ich glaube ich baue jetzt mal das erste lagerfeuer oh yeah die erste lagerfeuer warte ich verstehe nicht warum ich nicht streamen kann das fack mich grad richtig ab und hier steht nichts kann ich schon noch mal abreißen weiß noch mal einer wie ich abreißen kann was denn entfernen maus 3 ja alles klar danke ja jetzt habe ich ein lagerfeuer gebaut ist ja mal egal erst müssen wir halt jetzt nur mal gucken wo wir bleiben boah die schweine killen mich gleich hier oh die haben mich getötet alter ich war hier noch weiter die bären am sammeln wundervoll wundervoll gar keine bilder was für bilder denn muss nicht ein bild von mir hochladen was diese war auch das ist dass wir haben Vielen Dank. Hast du Hirsche auch so mit der Keule getötet gekriegt? Mh. Echt? Jupp. 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 Oh mein Gott, eh... Okay. Ah, diese blöde Weltzau, ey. Also hier ist auf jeden Fall so ein Runenstein. Ich sehe auf jeden Fall, wo der André ist auf der Karte, aber ich sehe nicht, wo du bist. Ach, du bist da, wo der Eik-Tür ist. Willst du da bauen, wo Eik-Tür ist? Oder willst du in der Nähe von André bauen? Keine Ahnung. Hm? Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, du bist da. Oh, du bist da. Ja, Leute, sagt was. Ja, ich dachte, wir sind direkt da, wo dieser Spawnpunkt ist. Da ist direkt Wasser, habe ich gedacht. Da mussten wir jetzt voll weit den Berg runterlaufen. Diese scheiß Wildschweine gehen mir echt hart auf den Keks, ey. Meine Keule ist kaputt. Na Gott sei Dank, ey. Diese Nervensägen. Tja, was tun wir? Ja. Du hast doch schon angefangen zu bauen jetzt, oder? Oder noch nicht? Naja, ich habe nur eine Handwerkstation gebaut. Da stand ein Hütchen, ich habe das nur repariert. Achso. Ja, also dieser Spawnpunkt ist ja da, aber der ist gar nicht direkt am Wasser. Haben wir wieder den falschen Link eingegeben? Ich meine, wir können hier bauen, hier ist ja... Hier ist ja schön, aber ich weiß halt nicht, ob man hier direkt mit dem Boot hinfahren kann, weil wir sehen ja nicht, ob da auch offenes Meer ist, oder ob hier nur so ein Fluss ist, oder so weiter. Das war doch diese Beta Version. Hm? Das ist ja auch bei dir, die Studio Beta. Das war das Falsche. Achso. Das hier ist quasi nur Twitch in App-Form. Das ist auf jeden Fall das Meer, so sieht er aus, oder? Ja, sieht so aus. Das ist Meer, ja. Das ist Meer, ja. Das ist das Meer, ja. Ja, okay. Dann... Kommen wir eigentlich da wo du warst, oder da wo Andy gerade ist, können wir anfangen zu bauen. Da wo Andy gerade ist, ist halt der Alktür. Oder wir gehen halt näher an diesen Spawn-Punkt dran, so. Hier wo wir jetzt gerade sind, geradeaus quasi. Da ist ja auch der Andy. Ich glaube, da ist am besten. Hier einmal quer rüber. Meinst du, wir schaffen das, wenn wir hier rüber schwimmen? Glaub ich nicht dran. Ja, oder wir verteilen uns wieder hier mit paar Mann. Oder Andy. Haben müssen wir ja noch nicht jetzt machen, das können wir ja, äh... Also erstmal zusammen, oder was? Jaja, wir bleiben erstmal auf jeden Fall zusammen. Wir verteilen uns erst später, wenn wir schon... Ich sterbe jetzt. Schon wieder. Ja, keine Ahnung, im Wasser, oder? Nee, schwimm weiter. Du hast auch genug Leben noch. Bis zum Stein. Bis zum Stein. Dann kannst du überleben. An die Seite. Ja. Jetzt warten. Ah. Ah. Ich dachte, ich bin direkt tot am... Nein, nein, nein. Nö. Nee, das ist nicht später. Ja, okay, dann gehe ich da drüben hin, da wo das Gehege ist, dieser Zaun ist. In der Nähe, wo der Andy gerade ist. Das Coole ist, jetzt kann man Essen schon nachschieben, auch wenn man, äh... Ja, jetzt sehen wir die Zeiten nämlich, genau. Früher hat das nämlich dann geblinkt, und dann... ...konntest du das erst... ...realisieren, dass du was brauchst. Da war's. 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 Check. Check. Okay, dann fang ich auf jeden Fall hier anzubauen. Weil, wenn du redest, reagiert bei mir hier auch voll. Das heißt, die hören... ...dich auch permanent die ganze Zeit. Ja? Ja, das ist scheiße. Scheiße oder gut? Ja, das ist scheiße. Wenn ich meinen Stream streame, dann hören die uns insgesamt viermal. Das ist... ...nicht gut. Hm. Check. 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 Sag mal was. Hallo? 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 Ah, so ist besser. Hallo, hallo, hallo? Ey, du machst hier schon Lagerfeuer. Ja, mal kurz aufwärmen, aber wir waren nass. Check. 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 Boah. Ich hab gerade so die Flüche hier weggehauen. Ich stell jetzt hier ne Werkbank hin, oder? Ich hab doch mal was zu essen. Kannst du kurz leise sein? Ja. Hallo? 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 Guten Tag. Hallo? 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 Ich bin am kochen, Leute. Erstes Mal, dass wir kochen hier. Ah, hier kann man auch filteren. Sag mal was wieder. Hallo? 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 Ja. Wunderbar. Professionell. Fertig. Weiter. Oh, ich brenne. Au, 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 au. Bitte nicht. Nein. Huh, das war knapp. Das war mehr als knapp. In welcher Auflösung streamst du, Bro? Äh, 2560. Also sowieso wie der Bildschirm ist. Ah, ok, also voll. Ja, ja, voll. Ja, ja, voll. Dreck mich, Fleisch. Äh. Tick. Wie hast du dieses Ding hier weggemacht? Einfach klein. Ganz klein. So, jetzt einen Punkt gezogen. Ja. Und dann? Ja, gar nix. Jetzt in den Bildschirm reinklicken und dann ist das nur so ein mini kleiner Punkt. Ok, wie machst du dieses gleich wieder da? Da? Da. Ah, ja. Ok. So. Ah, scheiße, ich brenne. So. Die scheiße hier reiße ich ab. Hm. Achso, ja. Handwerkstation, da war ja was. Ich baue hier grad ne Werkbank, also du kannst die hier auch benutzen. Ja, aber ist anscheinend so weit weg, Isa. Will da nicht. Ich muss noch ein Dach grad drüber machen. Vielleicht liegt's da dran. Na ist gut, ich baue eh erstmal nur ein kleines Hütchen zum Ausruhen. Hm. Hm. Ach, baust du jetzt in dem Gehege drin, ne? Ja. Kleines Hütchen. Oh nein, jetzt reißt du die alles ab. Natürlich. Pass auf, dass du die Himbeersträucher nicht kaputt machst. Die mach ich doch gar nicht. Die kann ich gar nicht kaputt machen. Doch. Nein. Nein. Klar, ich hab eben auch welche davon kaputt geboxt. Also ich hab noch keine kaputt gemacht. So, jetzt fällig diesen Kackbaum hier noch. Obwohl der eigentlich schon hier reinpasst, aber... Die großen Hütten kommen erst später. Kein Bock wieder stundenlang Villen zu bauen und dann zu sagen, oh ne, wir ziehen rum. Jetzt können wir sagen, okay, hier bleiben wir. neh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei mir steht jetzt gesamter Bildschirm, bei dir steht Vollbildanwendung Da kannst du auch zum Beispiel nur auswählen, Wahlheim Ja, okay Okay Das heißt, wenn ich irgendwas anderes hier öffne, dann sieht man das nicht Nochmal Mach mich mal, entmute mich mal bitte bei dir Ja Du bist gestorben Oh nein, warum? Du im Feuer stehst Ah, echt jetzt? Gut, dass ich meinen Stream nicht gestartet habe Warum? Dann hätte man dein Nisa gehört Ja und? Okay, dann los Voll der Abfuck, ey Ja, perfekt Voll der Abfuck, Freunde Herzlich willkommen bei Scheiße Mein ersten Stream Wir haben uns heute mit Isafee und Agrarrocks zusammengetan Und spielen ein bisschen Wahlheim Mal wieder Wir hatten das schon einmal durch, bevor das neue Update kam Und jetzt hat uns die Lust wieder gepackt Dementsprechend suchen wir uns gerade schon ein neues Plätzchen, wo wir uns niederlassen können Und haben hier so eine Lichtung gefunden Das sieht doch ganz gut aus Also hier habt ihr jetzt angefangen zu bauen, ja? Ja Ja Okay Tragezweck Hauptsache, der hat jetzt hier alles abgerissen, ey Und einfach mitten da rein eine Hütte gebaut, ey Riechst Knaller Wer? Du Ich bin extra daneben gegangen, weil ich das nicht kaputt machen wollte Ja, aber was habe ich denn da abgerissen? Den Zaun und so, alles was da war schon Was war denn da? Da war ein kleines Hütchen, ja Da war ein kleines Hütchen, äh Da wächst immer ein Pilz drinnen, ja? Ne, war nichts, ich habe schon geguckt Denkt dran, Baumstämme können einen umbringen Ich will nur nochmal daran erinnern Ah, okay, also wir bauen jetzt quasi hier an Land Suchen keine Lichtung oder so einfach hier im Wald, ne? So ein kleines Hütchen, da möchte ich das fischen durchaus holen kann Bis wir sagen, wir haben festen Sternplatz gefunden Und dann fange ich an, dann wieder zu bauen Ja, okay, passt Klingt nach dem Plan Vorher, ja, vorher nicht mehr, weil wir haben schon so viele Villen gebaut, Digga Und haben gesagt, okay, ne, wir ziehen um Ja, einfach stundenlang umsonst investiert Bin ich ganz bei dir, das machen wir auch Und wir hatten echt schöne Hütten alle zusammen Ohne Witz Ja Ja, das kommt denke ich auch wieder wie letztes Mal einfach mit dem Spielplus, also Es wurde ja dann immer größer und größer, man hat ja auch neue Sachen Ich finde es schle... Ich muss mal gucken, ob ich mein Safe-Game noch finde mit dem Schloss, was ich gebaut habe Weißt du noch? Ja Ja Na ja, gucken wir mal Ich hatte auch eine Traumhütte mit den ganzen Welfen da unten Unterirdisch gebaut So, Feuer haben wir jetzt schon Achtung, Raumfeld Sorry, Bro Kein Problem Wo sind die Drecksauta hinfällt? Hab überlebt Kannst du nur den Stumpf noch weghauen? Den hier an der Werkbank? Ja Damit ich meine Werkbank zubauen kann Oh, ich hab da eine Werkbank getroffen, Digga Es ist egal Baumstumpf zu stabil Oh, ne Wie hast du nur die Böcke? Ah Ja, weil der eine Baum dagegen gefallen ist Ja Brauche ich hier nicht mehr Ach ja, wie blöd Man braucht auch eine Werkbank Zum Abreißen braucht man ja auch Ich geh mal grad pinkeln Okay Jo Okay Nicht genug Schuss Okay Ich diese Musik vermisst hab Hauptsache du streamst so mit richtigem Intro und so Ja Ja, das Video bleibt ja Das können die Leute dann angucken Was du so sagst Wie du drauf bist Und deswegen bei dir Mein erstes Video fängt an mit Volle Abfuck Meins hat einfach irgendwie angefangen Einfach mit einer Stunde schwarzer Bildschirm Ja, ist nicht schlimm Ja, ist nicht schlimm Ich schlisch das einfach wieder und mach ein neues Ne, wieso Ist doch egal Ach, hier ist direkt der Eigtür Guck mal neben dem Häusler, was ich gebaut habe Ja Ja, das ist hier, wo ich den auch gefunden habe eben Wo ich gesagt habe, ihr könnt den, äh Ah, jetzt muss ich mich kurz zu machen Ich habe ja hier die ganze Zeit jetzt gewartet bei dem Eigtür Bis ich den Stream fertig hatte Wo ich gesagt habe, ihr könnt den markieren Mhm Hey, warum ist denn diese Sch... Werkbank nicht... Geschützt Ah, jetzt... Gott sei Dank Du kannst auch die von André einfach kurz benutzen Ne, passt Jetzt hat's geklappt Jetzt hat er die Birke umgehauen und wir können nichts am Land fangen Traurig Ja Und... Und... Und der Baumsturm steht einfach so hier mitten in meinem... In meiner Werkstatt Ja, ich habe extra das Himbeergehege hier mich direkt daneben platziert Der André hat, äh, André hat sich einfach direkt da rein Ja Weil ich dachte, ach schön, schon mal ein Zäunchchen und so, weißt du Mache ich doch direkt daneben mein Häuschen Weil ich dachte aber auch, der will da hinten bauen, weißt du Da, wo der eben stand, weil der meinte, da ist schön Mhm Mhm Und ich dachte, wir sollen nicht so direkt nebeneinander, deswegen Aber der meinte ja jetzt eh, das ist nur... Was fehlt denn? Ach, Holz fehlt, scheiße Muss ich wieder Äste sammeln? Hm Ich sollte mir ne Axt machen, auf jeden Fall Ach, guck mal, hier ist doch ein Hütchen Hä, die habe ich auch irgendwie gesehen Mühe da Mhm Oh, ich war verpasst Nö, jetzt nicht Mann Noch alles beim Alten Ich mach mal noch ein Getränk Und ich denke mal, wenn das leer ist, würde ich mich verabschieden Ja, wir sollten auch nicht mehr allzu lange machen Ja Aber Ich muss jetzt mal hier noch Bäume Holz sammeln, ey Ja Ich denke mal gut Nein Ja Ich gehe Ich gehe Ich gehe Ich gehe Ich gehe Ich gehe warum sagt er denn das ist mein passwort falsch ach so meine tust ist übertrieben braun warum ist sie so mega braun auf der sommer schon fast schwarz so braun wie das holz also da oben zeigt er mir an dass es ein zuschauer da war hier im dings ja dann bist du selber weil du das twitch geöffnet hast okay aus einer ist immer da das ist man immer selber wenn man twitch noch geöffnet hat auf da also könnte ich mich mit 10.000 handys nur wenn du verschiedene accounts nimmst dann einer zählt als einen account okay kann ich das denn dunkel machen so acht holz steinaxt herstellen jetzt jetzt können wir auch voll zack ich finde die lager hier aber auch eh nicht so geil wegen diesem steilen berg weiß ne also zum lager ausbau nicht unbedingt vorteilhaft deswegen wo das ist nicht dieser das ist nicht dieser denkst den du als erstes genommen hat ist wo ich raus gekommen wenn da war alles flach nee habe eben schon die ganze zeit gesagt dass das nicht der sieht ist das hat nicht funktioniert ach so direkt auch beim zweiten mal nicht wenn du den richtigen gewählt hat es ja warum auch immer keine ahnung ach cool feuersteinaxt bleib doch stehen du penner nervig ja 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 Ah toll, jetzt ist hier alles kaputt gegangen. Denk dran mich gleich noch zu follow. Jawohl. Wie sagt André, Support ist kein Mord. Ist so. So, jetzt können wir eine Kiste bauen, dann kann ich die Taschen ein bisschen leer machen. So, ich habe ein Bett gebaut. Wir müssen eh dann auch überlegen welchem Stil wir spielen. Ob wir das mit den Ressourcen dann so machen wie das letzte Mal mit Solaga. Ja, das fand ich gut. Jo. Okay. Schön alles beschriftet und so. Auf jeden Fall. War schön übersichtlich. So. 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 Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe einen Kamin, ich habe ein Bett, ich bin am beraten. Läuft. Was ist das denn hier? Ah, ich habe wieder ein Hemd an. Jawohl. Jawohl. Ich habe sogar gemütlich vier. Oh, wow. So. Bei mir steht gar nichts von gemütlich. Ich lege mich mal hin, hast du schon ein Bett? Ich nicht. Moment. Du kannst auch sonst kurz zu mir kommen, dann können wir nämlich kurz schlafen. Wieso ist mein Feuer jetzt aus, obwohl Holz drin ist? Kann man da einer verraten? Oh, jetzt ist sie da. Nein. Oh. So, das war nix. Nicht schön, aber funktioniert. Wie lange das einfach dauert mit dieser Hacke. Ja, ist so. Ich sehe das noch mal. Wir sind also wieder. Ich sehe das noch mal. Ich sehe das noch mal. Ich sehe das noch mal. ich werde mal den hackklotz herstellen habt ihr gehört klotz herstellen erweiterung für die bergbank level 2 so ich liege oder ich lege mich auch hin weil ich schlafen oder was ja dann wird es wieder hell es sind gegner in der nähe wo denn sicherkeit also ich liege ich liege auch bei mir geht nicht da hinten läuft einer doch jetzt geht's mir tut schon mein ohr warte mal ein baum schlumpf ist schon die kacke kaputt die kacke kaputt ach scheiße die sehen ja gar nix warum sehen die nix ok jetzt toll die ganze zeit gestreamt mit mit keinem bild vom vom game ist doch gut anfänger halt ist so der dombril auch in meinem tach gebaut korrekt so jetzt mal meine hackklotz haben wir level 2 viel erzählt am anfang dafür hast du viel erzählt am anfang ja läuft der spaß hier denn jetzt weg so neue ausbruchstufe auf geht's leute ok 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 Kochstelle, Möbel, Kiste, brauchen wir noch eine Kiste. Blätter reinlegen, zerlummtes Hemd, wieso zieh ich das in die Lande? Meins war auch aus, weil ich eben gestorben will. Trophäe brauchen wir nicht, Steine brauchen wir auch nicht, Hirschfüll brauchen wir auch nicht, Federn brauchen wir auch nicht, Harz brauchen wir auch nicht, Feuersteine auch nicht, Fleisch, Fleisch ist immer gut, Hirschfüll brauchen wir auch nicht. Nixenfleisch, das nehmen wir doch. Einmal bitte anbraten. Einen Braten aus, so ein Stück Nixenfleisch könnt ihr es auch essen, ey. Kriegst du Hummer, ey. Schön angebraten überm Feuer ist geil. Noch ein Getränk. Langsam geht es aber schneller mit dem Heusack. Aber ich muss auch sagen, Walaim macht wieder Bock. Ja, und vor allem wie schnell man wieder da drin ist. Ist so, ist so, ist so. Ja, warte mal ab, wenn wir wieder unsere Megahütten bauen. Wer hat denn hier schon ne Hacke? Ich. Du hast ne Hacke? Wow. Wie hast du die gemacht? Ich versuche hier wieder den Boden zu machen, aber das wird mal wieder nix, ey. Wie hast du die Hacke hergestellt? An der Werkbank mit Holz und Stein. Ach ja, da war ja was. Die Werkbank sagt ja auch noch was. Haha. Fängst von der Info. Ja, deswegen mach ich jetzt so meine Feuerstein-Axt. Hab ich auch gemacht. Geile. Wo haben wir denn? Die Hacke, wo haben wir sie denn? Hm. Wenn es war, Feuerstein-Axt, Hammer, Lederhelm, Hacke. Zwei Stein brauchen wir noch. Dann haben wir die Hacke auch. Wollen wir die doch. Zack. Stein. Wupp. Ich muss aber diesen Zaun hier entfernen. Das macht sonst nur Probleme. So. Ja, Stein. So. Ups. Ein lederler Brustpanzer. Ich hab doch Hirschfell. Nein, da hab ich noch zwei Stück von. Lederhosen. Sechs Hirschfell. Ja. Oh nein, jetzt hab ich zweimal, ich Idiot. Braucht jemand ein zerlummtes Hemd? Warte, was? Was hier? Was ein Trottel bin ich, ey. Zerlummtes Hemd, das hatten wir schon. Ja. Ich krieg alles für die Katze. Egal. Hose, Hose. Für meine Frau ist ne Hose, Digga. Für meine Frau, moin. Wenn sie den Eil hat. Scheiße. Hat jeder am Anfang. Toll. War natürlich wieder alles für die Katze, Alter. Ich hätte die Hose machen können, ey. Man kriegt das hier schon wieder mit dem Boden hin, ey. Feuer. Verlose es bei Twitch. Der hundertste Follower kriegt's. So, ey. Der hundertste Follower kriegt's. Feuersteinachs. Sechs Feuersteine. Ich hab doch so viele Feuersteine gehabt von dem da hin. Ah, hier. Eben Stück hab ich sie. Zack. Dann können wir noch die Feuersteinachs mal herstellen. Boop. Haben wir da doch schon mal. Ich brauche mal einen Bogen, wäre nicht schlecht. Zehn Holz, acht Lederreste. Die Holzproduktion läuft bei mir. Ich brauche Schweine. Schweine, Baby, Schweine. Das fällt jetzt nicht auf mein Haus, ey, dieser Baum. Kann ich das irgendwie kontrollieren, in welche Richtung der Baum fällt? In der Regel, wenn du... Wenn du davor stehst. Und... Also... So wie du hackst. In die Richtung, wie du... Guckst. So fällt er dann auch. Ah. Er ist auf dem Strauß. Bei meinem Flügel. Ja. Ich muss aufpassen, wenn die sich vor allem halt bewegen. Also, wenn die schon am Boden liegen. Ich brauche Schweine. Schweine. Wo seid ihr? Der Feuersteinachs kann man auch schon Dings, ne? Der könnte es auch ein bisschen schneller hatten. Oh, hier sind Feuerfeile. Hier sind Steinfeile. Ne, Feuersteinfeile. Geile Sache. Aber mit der Feuerachs kann man auch schon Dings, äh, Birken fällen, ne? Ah, ah. Ne, noch nicht. Noch zu schwach. Jo. Aber hier sind Hündchen. Das geht erst, wenn wir im dunklen Wald waren. Dunkel. Nein. Oder? Ich war nämlich eben in der einen Welt, war ich auch schon, äh... Konnte auch die Birken fällen. Ja, du hast auch ne Schwarzmetallachs. Das ist die höchste Axt im Spiel. Richtig. Was ist denn mit dir? Oh, Federn habe ich gefunden. Das Gute ist jetzt, wenn ein Objekt verbraucht ist, dann ist es weg. Zumindest war es bei der Fackel ebenso. Ja, aber das wäre ja doof mit Gegenständen sehen, wie du sie danach reparieren kannst. Oder gilt das nur für Verbrauchsgegenstände. Weiß nicht. Ist mir nur grad bei der Fackel aufgefallen. Oh, das ist ja da. Also, ich muss die Einzelen aus diesem Bild sagen. Okay, ich muss den Objekt Protection drin machen, oder? Oh! Ich muss mich auf einelle Behörden, wie du sie videoern hast... Oh! 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 Wo sind die Wildschweine? Neuer Gegenstand, Pilz, falsche Sache. Oh nein, der Baum ist auf mich gefallen, ich bin gestorben. Das ist schlecht, denk dran, du verlierst immer Fertigkeiten, ja, ja, ich bin schon voll auf gestorben jetzt, ja, genau deswegen, ah, diesmal bin ich wenigstens hier direkt wiedergekommen. Ja, 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 ja. Das war's. ... ... ... ... Oh nein. Ja, wenn die jetzt wach ist, dann kommt aber auf jeden Fall nicht nochmal wieder die eine Stunde, die ich dann jetzt hänge, bis sie wieder eingeschlafen ist. Ach ne, die Feuersteinachse ist noch da. Okay, also muss man doch reparieren. So, Bro, wie sieht's bei dir aus? Ja, alles gut. Hacker haben wir gebaut. Ja. Ich mein, Server steht ja. Das heißt, wir können alle kommen, gehen wie wir wollen. Alright. Dann wünsche ich ein gutes Nächtle. Jo, gleichfalls. Morgen. Tschaui. Bis denn. Bis denn, tschau. Cool. Uh oh. Tschaui. Mhm. Tschaui. Hallo. He malaise. So. Um. Wir eh ja Vamos. Tschaui in? Ho queue. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Ich hab gedacht, ich könnte die Werkbank hier schön mit rein bauen. Vielleicht geht's so. Ich hab's auch schon hier vorne. Ich hab's auch schon hier. 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 Ist ja schon hier. Ich hab's auch schon hier. Ich hab's auch schon hier. Ich hab's auch schon hier.